Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hacking News. Und zwar geht es heute um zwei Schwachstellen, die in Chrome aufgetaucht sind und die Google ganz gewohnt in ihrem Blog veröffentlicht haben, was wirklich sehr, sehr nett von ihnen ist. Ich meine, sie könnten das Ganze auch einfach geheim halten. Und ja, das muss man sagen, sind sehr, sehr gut. Die beiden Schwachstellen, die wir hier haben, sind einmal CVE 2019 13.7.20 und 13.7.21. Und wir sehen auch hier, dass die nicht bei Google direkt gefunden wurden, sondern eine wurde von einem Banana-Na-Penguin und die anderen wurden von Kaspersky Labs gefunden. Und ja, es geht darum, also die sind übrigens in dieser Version auch gleich, in dieser Version vorhanden, kommen wir gleich dazu. Es geht darum, dass eine Anwendung, nachdem sie auf eure Audio-Kapazitäten von Chrome zugegriffen hat, also sprich Ton abgespielt hat, oder nachdem sie eben PDF-Ium, also quasi die PDF-Anzeige von Chrome verwendet hat, da wird ein bisschen Speicher allokiert, also es wird Speicher angelegt, um natürlich diese Audio-Datei abspielen zu können, ja, oder generell um den Ton einfach abspielen zu können, beziehungsweise um die PDF-Datei anzeigen zu können. Bis dahin kein Problem. Problematisch wird es allerdings, wenn später dieser Platz, obwohl er freigegeben wurde, wieder, also die PDF-Datei wurde beendet, ja, oder die Audio-Datei wurde nicht mehr abgespielt, die Seite wurde geschlossen und trotzdem bleibt natürlich das Ganze im Speicher zurück. So, und jetzt muss eigentlich, wenn jemand auf diesen Speicherbereich zugreifen möchte, muss natürlich verboten werden, auf diesen Speicherbereich zuzugreifen, weil da natürlich noch was drin liegt. Und das wurde offensichtlich hier nicht geprüft in diesen beiden Anwendungen, also einmal in PDF-Ium und einmal eben in Audio, also in dem Audio von Chrome. Und ja, das bedeutet, wenn jetzt jemand hier Audio abspielt oder eine PDF-Datei anzeigt, dann kann man später, nachdem das Ganze geschlossen wurde, immer noch darauf zugreifen und dadurch zum Beispiel Code ausführen, der darüber hinterlegt wurde. Okay, das heißt, das Ganze ist eine recht üble Schwachstelle, deswegen hat sich hier auch das Rating High jeweils bekommen, weil eben die, naja, die Dinge, die dadurch passieren können, ziemlich, ziemlich schlimm sind. So, jetzt ganz kurz zu den Sachen hier. Ich meine, dass jemand als Bananana-Penguin eine Schwachstelle bei Google reporten kann, ist schon eine krasse Sache. Das bedeutet aber einfach, Google hat für Schwachstellen, die wirklich ausgenutzt werden können, haben die ein Bug-Bounty-Programm. Das heißt, ihr dürft quasi die Google-Sachen angreifen, mehr oder weniger. Also Chrome zum Beispiel dürft ihr, und das ist jetzt unter Vorbehalt. Ja, ihr müsst euch da nochmal einlesen, bevor ihr das tut. Aber zumindest meines Erachtens nach darf man bei Google die Sachen pen testen und dann eben bei denen einen Bug einreichen. Und wenn da wirklich was gefunden wurde, kriegt man Geld von ihnen. Ja, also sozusagen jeder kann sich so als Freelancer da betreiben. Problem ist natürlich, dass da sehr viel Geld bei rumkommt. Das spricht, da wollen alle hin und es ist sehr, sehr schwer bei Google was zu finden. Okay, jetzt, warum gibt es dazu leider nicht mehr Informationen? Nun, wir haben hier zweimal die CVEs. Nach denen könnt ihr wunderbar googeln. Wenn ihr irgendwann mal eine CVE seht, dann einfach rechtsklicken und googeln nach, blablabla, durchsuchen machen. Ähm, das ist wunderbar. Problem ist, ihr kommt dann wahrscheinlich auf die Seite nvd.nist.gov. Ähm, dort sind die ganzen CVEs gelistet. Und diese CVE ist noch so neu, ähm, und gehört eben zu einer Organisation, sprich zu Google. Und Google hat gesagt, bitte keine Details veröffentlichen, ähm, denn, ja, dann könnten sonst irgendwelche bösartigen Hacker hier irgendwas machen. Und deswegen findet ihr hierzu quasi keinerlei Informationen, weil Google die eben zurückhält. Das dürfen die eine gewisse Zeit lang. Und dann muss es gefixt sein und, ja, dann ist es quasi in Ordnung. So, jetzt noch mal ganz kurz hier zu der Version. Ähm, wenn ihr diese Version habt, dann seid ihr sicher. Also Version 78.0.39.04.87. Die Zahl hier hinten ist wahrscheinlich die Zahl, die sich bei euch ändern wird, da ihr hoffentlich schon euren Chrome die ganze Zeit patcht. Ihr könnt das überprüfen, wenn ihr hier einfach auf die drei Punkte geht und dann über Chromium, dann findet ihr hier auch die jeweilige Version davon. Das heißt 78.0.39.04.87 und dann wisst ihr, ah, okay, ist eine sichere Variante. Okay? So, und jetzt noch eine ganz kurze Sache. Hier unten ist nämlich ein ganz interessanter Fakt aufgetaucht und zwar diese, äh, für diese CWI, also 13.7.20, die mit dem Use After Free in Audio, also nicht die PDF hier, sondern die Audio-Variante, dafür gibt es auch einen Exploit, der schon eingesetzt wurde. Sprich, jemand hat das tatsächlich eingesetzt. Und das ist ziemlich interessant. Ähm, und da wurde nämlich eine, ähm, ein koreanisches, ähm, eine koreanische Zeitschrift, Online-Zeitschrift sozusagen oder News-Seite, äh, gehackt. Und zwar wurde dort einfach ein, also ich meine, wenn man auf den Server kommt, ja, dann kann man alles Mögliche machen. Zum Beispiel auch den Source-Code von Dateien verändern, ja. Und diese Source-Code-Dateien, die werden natürlich dann an alle Leute übertragen. Das heißt, wenn sich jetzt jemand auf securelist.com reinhacken würde, ja, auf den Server, könnte er die Datei von securelist.com manipulieren und könnte dort zum Beispiel einfach ein JavaScript einbauen. So, und dieses JavaScript ist hier in diesem Fall eben dieses Code.jQuery.cdn und so weiter und so fort. Und dann eben hier dieses, ähm, jQuery validates. Okay, und, ähm, ja, wir sehen hier übrigens auch, dass das vielleicht so aussieht, als wäre das jQuery, aber in Wahrheit steht hier Code.jQuery.cdn, bis dahin alles ganz normal, mehr oder weniger, Punkt BehindCorona.com, okay. Das heißt, die eigentliche Domain ist nicht jQuery, ist nicht cdn, ist nicht Code, sondern BehindCorona. Und BehindCorona ist, ähm, naja, definitiv keine offizielle Webseite von jQuery. Das heißt, da haben wir offensichtlich irgendwas Bösartiges und, ja, da haben wir dann auch ein paar Informationen dazu, denn dieses Skript, das lädt ein anderes Skript und das heißt dann hier wiederum charlie.javascript. Dieses .xxx, das findet ihr wahrscheinlich häufiger mal. Also ich bringe euch quasi auch bei, wie ihr solche Reports da lesen könnt. Ähm, und das wird sich dann jedes Mal verändern, damit es eben nicht so leicht gefunden werden kann. So, und hier sehen wir ganz interessanterweise, das funktioniert nur auf Windows, mit 64 Bit. Das heißt, wenn das, ähm, wenn der User Agent, also User Agent.index of Win64, das heißt, wenn es nicht Windows 64 ist, oder wenn es nicht WoW 64 ist, das bedeutet Windows on Windows 64 Bit, ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das Skript nicht, sprich, wir gehen zurück. Und dann haben wir hier einmal, ähm, nochmal die Windows-Überprüfung, dann brauchen wir natürlich einen Chrome, weil, wie gesagt, der Angriff funktioniert auch nur auf Chrome. Und dann brauchen wir hier noch einmal die Version von Chrome, die muss eben größer oder gleich, ähm, 64, äh, 65 sein. Also, die aktuelle Chrome-Version habe ich euch ja gerade gezeigt, ist 78 Punkt, ich weiß es nicht mehr, ähm, 78 Punkt 039 0487. Äh, alles was davor ist und alles was über der Version 65 ist, äh, ja, 65 ist, hatte quasi diese Schwachstelle. Das heißt, das hier wird auch überprüft und dann wird eben das andere Skript geladen, beziehungsweise der eigentliche Payload wird runtergeladen, ja, ähm, und dann eben ausgeführt. Das Ganze ist auch einmal verschlüsselt, ähm, das heißt, wir haben hier irgendwo den Schlüssel drin gehabt und der wird dann hier wieder zum Endschlüsseln genutzt und so sieht der eigentliche Payload aus, also so sieht der eigentliche, ähm, JavaScript exploit aus. Ihr erkennt vielleicht dieses Function X, dann die Klammern und dann war, ja, ähm, und dann dieses E, aber alles was danach kommt, das ist einfach nur irgendwie verschlüsselt und ja, das Problem ist halt natürlich, okay, ähm, dazu muss man erstmal entschlüsseln, sprich ist es für Researcher schwieriger, diesen Exploit auch wirklich zu entdecken und zu sagen, was der auch wirklich genau tut, sprich ist es auch schwieriger, die Schwachstelle wieder zu fixen. Deswegen braucht man zum Beispiel Reverse Engineering, um eben sowas dann auch zu verstehen. Ähm, genau. Und ja, wir sehen aber hier, die Leute haben das hier hingekriegt, was sehr krass ist und dann schauen wir uns das einfach mal ganz kurz an. Was problematisch ist, ist natürlich, dass hier auch nicht genau dargestellt werden darf, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze heißt übrigens Operation Wizard Opium, also Zauberer Opium sozusagen, I guess. Ähm, und ja, wir sehen ja auch hier, hier steht es auch extra dabei, Sie dürfen nicht alles genau sagen, weil es eben noch gerade, ähm, gefixt wird von Google. Zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel rauskam, wurde das noch nicht bearbeitet. Ähm, das sind übrigens, also von Securelist, das sind auch die Leute von Kaspersky, die diesen Bug eingereicht haben. Wir erinnern uns hier, ähm, Kaspersky Labs, ja, das sind quasi die Leute, die diesen Bug auch wirklich gefunden haben. Und, ähm, genau. Erstmal wird überprüft, ob diese, diese Schwachstelle überhaupt existiert. Da wird einfach probiert, auf eine Adresse zuzugreifen, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben sollte. Sprich, es wird versucht, ein Information Leak zu bekommen, also einfach einen Pointer auf eine Adresse zu bekommen, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben, haben dürfen sollte. Haben sollte, einfach Sprachen lernen, babbeln und so. Und darüber lässt sich dann wieder rausfinden, wo in unserem Speicher wir uns gerade befinden. Also das waren wirklich keine Idioten, die diesen Exploit geschrieben haben. Man findet darüber quasi raus, wo man sich im Speicher, also wo Heap und Stack sind, ja. Und jetzt geht es leider ziemlich tief in Richtung Assembler. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Es geht hier um WebAssembly. Ähm, das habe ich euch leider noch nicht gezeigt. Da müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz die Augen zumachen, sozusagen. Aber im Endeffekt wird hier einfach nur in diesen Speicher reingeschrieben und eben rausgelesen, auf Dinge, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben sollte. Problematisch ist natürlich, wenn wir hier auf Dinge Zugriff haben, auf die wir keinen Zugriff haben sollten, ja. Generell im Browser ist das natürlich sehr, sehr schwierig und gefährlich, weil ihr wisst, was ihr alles in den Browser eingibt, okay. Ihr wisst, was da alles zu finden ist. Und je nachdem, also ich kann nicht genau sagen, wie ausschweifend diese Schwachstelle war, wie viele Informationen da kriegen konnte. Aber wenn man wirklich alles kriegen konnte, was man in den Browser zum Beispiel eingegeben hat oder was da gecached wurde, dann zum Beispiel auch gespeicherte Passwörter oder sowas. Das wäre gar kein Problem, wenn man wirklich auf den ganzen Cache zugreifen könnte. Oder die ganzen Browser-Daten. Das weiß ich allerdings nicht. Steht hier leider nicht dabei. Das dürften die nicht rausgeben, weil eben Google gesagt hat, hey, lasst uns erstmal das Ganze fixen, bitte. So, hier unten gibt es übrigens auch noch eine dechiffrierte Variante von diesem Payload, okay. Naja, ihr seht selber, dass man damit nicht wirklich was anfangen kann. Was aber auf jeden Fall heftig ist, ist, dass sich das Ding auch tatsächlich in den Windows-Task-Scheduler einträgt. Das heißt, das ganze Ding landet nachher nicht nur über euren Browser, sondern wirklich in eurem Betriebssystem. Und bleibt da dann auch drin erstmal. Das ist ein bisschen beängstigend, wenn man bedenkt, dass es einfach nur vom Browser gekommen ist. Und das ist ein klassisches Beispiel für einen Drive-By-Download sozusagen, weil wir was runtergeladen haben, ohne dass wir es wollten. Wir haben quasi die Audio-Datei oder die, ja, ich meine, es war die Audio-Datei, haben wir dann runtergeladen. Und dadurch haben wir quasi hier auch das JavaScript runtergeladen. Und das bleibt dann einfach bei uns sozusagen da stehen. Ziemlich problematisch. Und ja, hier finden wir noch ein paar Informationen über die Files. Wir finden hier zum Beispiel auch den Dateinamen. Einmal iohelper.exe und einmal msdisp64.exe. Wenn ihr die in eurem Task-Manager findet, dann solltet ihr da vielleicht, nun ja, diese Dateien oder zumindest mal euren Rechner untersuchen, ob da irgendwas passiert ist. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn ihr irgendwie mal mit Wireshark unterwegs seid, dazu gibt es auch eine Tutorialreihe bei mir auf dem Kanal, dann könnt ihr mal überprüfen, ob ihr irgendwie Traffic habt, der auf BehindCorona.com geht. Falls ja, dann solltet ihr da definitiv auch mal überlegen, ob euer System vielleicht infiziert wurde. Okay, das war es soweit. Ich verlinke euch natürlich wie immer die drei Seiten, die ich hier benutzt habe in der Beschreibung. Und mein Dank geht natürlich auch nochmal raus an SecureList für diese unfassbar guten Write-Ups hier. Das ist einfach nur, einfach ein Traum wirklich. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.